Es gibt ja legit viele gute Gründe, nach Australien auszuwandern oder hier mal eine gewisse Zeit zu verbringen. Aber es gibt eben auch viele sehr schlechte Gründe und Mythen, die einfach nicht wahr sind. Welche das sind, darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit über 15 Jahren in Australien und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Denkst du darüber nach, nach Australien auszuwandern oder hier vielleicht mal ein, zwei Jahre zu verbringen? Träumst du von einem besseren Leben und hast auch klare Vorstellungen, wie das aussehen soll? Dann schau dir dieses Video auf jeden Fall bis zu Ende an, denn die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Let's go! Und der erste Punkt, über den wir reden müssen, das ist der Individualismus. Australien zieht ja chronisch Individualisten an, Leute, die wirklich ihr Ding machen wollen und sich von anderen unabhängig machen wollen, frei sein wollen. Aber so läuft das hier gar nicht und ich will euch nur vier Beispiele geben, die ein ganz anderes Bild von Australien zeichnen. Zunächst einmal ist da die sogenannte Tickebox-Mentalität oder die Checkbox-Mentalität. Das heißt, dass hier Gesetze, Richtlinien und Regeln einfach radikal immer umgesetzt werden, auch wenn sie in der konkreten Situation überhaupt keinen Sinn machen oder vielleicht sogar kontraproduktiv sind. Hauptsache man kann auf seiner Checkliste die entsprechende Box abhaken, dann sind alle glücklich, dann ist das Thema erledigt. Zweitens, und dieser Punkt ist vor allem für Familien interessant, gibt es hier auch Schuluniformen. Und das heißt, wer jetzt denkt, dass zum Individualismus und zur freien Entfaltung eines Kindes auch die freie Kleidungswahl gehört, der wird enttäuscht, denn das ist hier erstmal nicht der Fall. Drittens wird Flexibilität hier im Allgemeinen etwas klein geschrieben und es geht eher darum, dass Normen und Standards eingehalten werden. Das erlebt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr mit Handwerkern interagiert und gewisse Kleinigkeiten nicht den Standards entsprechen, dann wird daraus oft ein großes Drama gemacht. Ich sage nicht, dass australische Handwerkskunst das Goldene vom Ei ist, aber es wird hier oft sehr auf gewisse festgelegte Regeln geachtet. Und letztlich muss man auch wissen, dass die ganze australische Gesellschaft einfach viel weniger individualistisch ist als in Deutschland. Dazu gibt es auch wissenschaftliche Studien, das habe ich mal in die Videobeschreibung gepackt. Australien ist kollektivistischer als Deutschland. Wer es individuell hat, ist, so bizar es klingt, in Deutschland besser aufgehoben. Der zweite Punkt, über den wir reden müssen, ist der Traum vom einfachen Leben. Möchtest du nach Australien kommen, um es einfacher zu haben, um den Ballast deines Lebens hinter dir zu lassen, dann bist du prinzipiell erstmal falsch, denn Auswandern ist verdammt harte Arbeit. Und bevor es besser wird, einfacher, wird es erstmal eine ganze Weile schlimmer und schwieriger. Man denkt immer, Australien ist ein westliches Land, bestimmt findet man sich da schnell ein, aber das ist halt dann doch nicht so. Es dauert lange, ihr werdet wahnsinnig viele kulturelle, behördliche, berufliche, gesundheitliche Hürden überwinden müssen, um euch hier richtig, richtig einzusetteln. Auch bei mir hat es viele Jahre gedauert. Und ich kenne auch viele Leute, die einfach nach ein paar Jahren wieder nach Deutschland zurückgegangen sind, weil ihnen das alles hier total über den Kopf gewachsen ist. Man braucht einfach krasses Durchhaltevermögen und die Motivation, es einfacher zu haben, die sollte man definitiv nicht nach vorne stellen, wenn es darum geht, diese Entscheidung über den neuen Wohnort zu treffen. Außerdem definitiv nicht nach Australien kommen solltet ihr wegen des australischen Essens und weil es euch in Australien-Restaurants in Deutschland so gut schmeckt. Denn was es in solchen Restaurants gibt, so Wildtiere wie Känguru oder Krokodil, das wird hier definitiv nicht gegessen. Und wenn ihr das hier seht, dann wisst ihr eigentlich schon, dass ihr in irgendeiner Touribude seid. Die australische Küche ist eine ganz andere, die stammt von der englischen ab. Das heißt, das sind eher traditionelle alteuropäische Dinge und auch nicht sonderlich spannend. Und die hohe Kochkunst ist das auch nicht. Ich sage nicht, dass man in Australien gar nicht gut essen kann. Man kann sehr gut essen, aber das hat eigentlich eher mit dem Multikulturalismus zu tun, den man hier erlebt und definitiv nicht mit den typisch australischen Gerichten, die man sich vielleicht so vorstellt. Und ein ähnlicher Punkt, das ist die Australien-Nostalgie, diese Romantisierung. Vielleicht denkt ihr, dass hier alles volle ist mit Cowboys, so à la Crocodile Dundee oder Leute, die mit so einem Lederhut rumlaufen und diese Korken da baumeln haben. So ist das aber hier nicht. Australien ist zwar sehr ländlich, aber auch nur im ländlichen Bereich und 86% der Menschen leben in Städten. Das ist mehr als in Deutschland. Die typische australische Familie lebt halt nicht auf einer Farm und kümmert sich da um ihre Tiere oder baut ihr Gemüse an. Die typische australische Familie hat zwei Kinder, ein großes SUV, das garantiert keine europäischen Abgasnormen erfüllt, lebt auf einem 600 Quadratmeter Grundstück und ist vermutlich übergewichtig. Übergewichtig, das ist eine ganz andere Kultur hier und wenn ihr euch so an australische Alltagskultur gewöhnen sollt, dann guckt vielleicht mal nach Amerika. Da bestehen nämlich schon sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Australier und Amerikaner mögen sich ja nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass vor allem deshalb, weil die sich in manchlei Hinsicht auch ein bisschen ähnlich sind. Sind einige von euch vielleicht schon mal längere Zeit in Amerika gewesen, haben da gelebt, dann schildert doch mal eure Erfahrungen, da würde ich auch mal ganz gerne mehr drüber hören. Nächster Punkt, das gute Wetter. Habt ihr einfach keinen Bock mehr auf das deutsche Schmuddelwetter? Wollt deswegen nach Australien? Da müssen wir jetzt auch gut aufpassen, weil Australien ist ein großer Kontinent und es ist halt nicht überall warm und sonnig. Und was überhaupt heißt warm? 25 Grad? Ja, das finde ich auch ganz angenehm. Aber was ist mit 30 Grad? Was ist mit 35 und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit? Die nördliche Hälfte Australiens ist in den Sommermonaten eigentlich eine einzige Sauna. Und ich kann jedem nur empfehlen, das erstmal testweise zu erleben, vielleicht während eines längeren Urlaubs oder vielleicht auch mal eines Sabbaticals und einfach mal zu schauen, ob ihr dieses Klima aushaltet. Und dann wird es natürlich nachts auch in vielen Teilen Australiens im Winter sehr kalt und die Häuser sind nicht isoliert. Viele Leute sagen mir, sie frieren hier immer jede Nacht. Also mit dem Wetter ist das so eine Sache. Da noch die Naturkatastrophen hinzuaddieren, den Klimawandel und es ergibt sich ein sehr differenziertes Bild. Da müsst ihr auf jeden Fall gut drüber nachdenken. Okay, aber das alles könnte ja egal sein, weil vieles im Leben dreht sich ja auch um Geld. Also müssen wir über Jobs reden. Und ich habe ja auch schon in anderen Videos gesagt, dass oft Jobs hier besser bezahlt sind als in Deutschland. Und dass man zum Beispiel auch in handwerklichen Berufen hier leicht sechsstellig verdienen kann und so weiter und so fort. Aber das muss man eben auch wieder differenzieren, weil zum Beispiel auch die Jobsicherheit hier viel geringer ist. Hier kann man eben rausgeschmissen werden mit einer gewissen Frist, aber es geht. Es ist nicht so ein Drama wie in Deutschland und du hast hier diese lebenslangen Jobs nicht. Also du musst deine Jobs wechseln. Du musst immer flexibel bleiben und zwar ganz egal, ob du 30, 40, 50 oder 60 bist. Außerdem sind die Arbeitszeiten hier auch länger. Da habe ich auch mal eine entsprechende Studie in die Videobeschreibung gepackt. Also ihr müsst hier definitiv auch härter arbeiten und ihr müsst am Ball bleiben. Und das relativiert vielleicht das höhere Einkommen wieder ein bisschen. Kurzer Disclaimer. Ja, das hier ist ein negatives Video und natürlich könnte ich diese Punkte auch ein bisschen relativieren. Aber das mache ich heute mal bewusst nicht, weil durch die rosa-rote Brille gucken wir ja schon oft genug. Jetzt müssen wir wirklich mal uns mit den negativen Fakten beschäftigen, damit ihr euch dieser Risiken auch bewusst seid. Und wir machen gleich mit einem ganz heftigen Punkt weiter, der mir ja persönlich auch manchmal so richtig gegen den Strich geht. Und zwar ist das das Thema Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Denkt ihr, dass in Deutschland es um die Pressefreiheit schlecht bestellt ist oder um die Meinungsfreiheit? Da sage ich mal, kommt nicht hierher. Wenn euch das in Deutschland schon nicht genug ist, wenn ihr irgendwas von Lügenpresse labert oder mit der Budgetverteilung beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht einverstanden seid, dann habt ihr es hier um einiges schwerer. Pressefreiheit erstmal dadurch krass eingeschränkt, weil eigentlich fast alle Zeitungen, großen Internet-Nachrichtenportale, Fernsehsender und Radiosender einer Firma gehören. Nämlich der Firma News Corp. Das ist im Wesentlichen das Murdoch-Imperium. Und genauso einseitig und meistens hardcore-konservativ ist halt auch die Berichterstattung. Und hinzu kommen noch, dass es Themen gibt, über die gar nicht geredet werden darf. Da gibt es dann Gesetze zu. Das betrifft vor allem gewisse Arten der Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung. Da kann selbst ich als YouTuber nichts zu sagen. Das ist nicht erlaubt. Macht halt selber eure Recherche. Aber ich kann euch eins sagen. Kommt nicht hierher, wenn ihr Meinungsfreiheit und Pressefreiheit besonders wertschätzt. Das Ganze ist übrigens auch quantifiziert. Es gibt ja diesen Index, diesen Press-Freedom-Index oder so ähnlich. Naja, auf jeden Fall schneidet da Australien halt deutlich schlechter ab als Deutschland. Und wir bleiben so in dieser Sphäre. Wir reden jetzt über die Politik. Wenn ihr keinen Bock mehr auf deutsche Politik habt, wenn euch das alles einfach so richtig gegen den Strich geht, dann kommt bitte nicht hierher, weil ich weiß jetzt schon, ihr werdet mit der australischen Politik auch nicht einverstanden. Denn machen wir uns nichts vor. Probleme gibt es überall. Die Demokratie ist nirgendwo perfekt. Ich finde immer noch, dass es die beste Regierungsform ist, die es gibt. Aber sie hat halt auch Makel. Und auch hier in Australien gibt es reichlich schlechte Entscheidungen. Probleme, die nicht gelöst werden. Probleme, die vertagt werden. Politiker, die eher an die nächste Wahl denken als an das Lösen von Konflikten. Das ist alles hier genauso wie in Deutschland, auch wenn die Themenfelder ein bisschen anders sind. Damit zu tun hat auch das Thema Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ja so ein schwieriger Begriff. Wenn ihr aber generell denkt, dass es gerecht ist, wenn möglichst viele Leute gleich viel Geld haben, dann seid ihr hier ebenfalls falsch. Es gibt ja den Gini-Koeffizienten. Das ist ja ein statistisches Maß, mit dem man feststellen kann, wie der Wohlstand in einer Volkswirtschaft, in einem Land verteilt ist. Also es gibt ja vor allem undemokratische Volkswirtschaften, wo eigentlich ganz wenige Leute ganz viel Geld haben. Und dann gibt es relativ egalitäre Demokratien, wo sehr viele Leute ein Vermögen besitzen oder ein Einkommen erzielen, das irgendwo so am Mittelmaß dran ist. Okay. Aber Deutschland ist in dieser Hinsicht tatsächlich ausgeglichener als Australien. Die australischen Top 20% der Menschen besitzen viel, viel mehr Geld, relativ gesehen zum Rest, als die Top 20% der reichsten Deutschen. Wenn das also für euch ein Thema ist, wenn ihr immer so diesen Gerechtigkeitsgedanken im Kopf habt, dann ist Australien vielleicht nicht das richtige Land für euch. Dazu noch kurz, es ist nicht so krass wie in Amerika, aber Australien liegt eben so zwischen den USA und Deutschland. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, das sind die Lebenshaltungskosten. Australien ist ein teures Land. Wenn ihr auswandern wollt, um Geld zu sparen, um einfach am Ende des Monats mehr übrig zu haben, dann ist das hier falsch für euch. Es gibt Dinge, die in Deutschland mittlerweile teurer sind als in Australien, aber insgesamt nimmt sich das nicht viel. Man hat ja auch sehr, sehr hohe Mieten, man hat im Supermarkt hohe Preise. Hier spart ihr de facto nichts. Wenn ihr sparen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich eher in ein Schwellenland ziehen, aber da habt ihr natürlich wieder ganz andere Problemcluster. Das ist wirklich eine Entscheidung, die ihr für euch treffen müsst. Zusammenfassend muss man sagen, was die Lebenshaltungskosten betrifft, Australien ist teuer und Australien macht vor allem dann Spaß, wenn man eben auch ausreichend Geld verdient und dann auch mitspielen kann. Ansonsten ist es hier eigentlich genauso mies wie in allen anderen Ländern, wenn man kein Geld hat. So, bevor man also die Koffer packt, muss man sich wirklich informieren. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Mythen, die über Australien bestehen, all die Gründe, warum man hierher kommen sollte, mitunter gar nicht wahr sind, mitunter es sogar genau umgekehrt aussieht. Das wollte ich euch in diesem Video vermitteln. Denkt daran, für alle Entscheidungen im Leben gilt, am Anfang steht gute Recherche, sich informieren, ein umfassendes Bild, alle Pros und Cons erzeugen, dann vergleichen, dann entscheiden. So trifft man gute Entscheidungen. In diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr durchgehalten habt bis hierher, lasst ein Abo da und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.